Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Anwesende, schön, dass wir hier alle zu unserer Friedensgrundgebung zusammenkommen. Ganz besonders herzlich möchte ich auch unsere ukrainischen Gäste begrüßen. Es ist mehr als wichtig, gerade in aktuellen Zeiten Haltung zu haben, aber diese eben auch zu zeigen, nach außen zu tragen und mitzuteilen, so wie wir heute hier gemeinsam. Mit Beginn des Krieges haben wir in Angermünde eine Hilfsgemeinschaft aufgebaut. Einen großen Applaus für all die ehrenamtlichen Hilfen und Helfer von allen, die hier sind. Wir wollen Frieden. Und das sind die Lieder, die wir dazu singen wollen. Frau Menschen, achten und achten, dass sie so bleibt. Für die Wunsch, sieh den Lieder, die wir in der Welt nehmen. Sieh es auf den Gold, wie er war in der Hand. Ich bitte die ukrainischen Gäste nach vorne. Und dann kommt man vor dem Profil. Und das sind die Frauenkommunen. Und das ist die Frauenkommunen vor dem Profil. Und das sind die Frauenkommunen. Wir wollen das in der siehre. Und das sind die Frauenkommunen. Wir halten also jetzt wirklich richtig nach oben, damit da oben gefilmt werden kann und vielleicht singen wir gerne dessen. Vielen, vielen Dank dafür, das ist ein wunderbares Buch. Und da am besten auch im Kreis, wenn es da oben aufsteht. Musik 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 Musik